Zum Willen für euch, kann ich mich ändern. Das ist wieder gar nicht da. Die Ene grüßt immer, die im Hintergrund. Ja, das kostet Zucker. Die gab's Hand drauf. Wir essen nicht drauf, wir essen jetzt. Ich kaufe Brot. Es hat genauso viel gekostet, wie wenn wir hier Raum essen. Also halt die Schnabel und mach's los. Nicht so viel gekostet. Ja, du weißt es ja, du hast ja bezahlt. Wie viel denn? 30 Euro. 30 Euro haben wir gegessen. 27 Euro. Warte mal. Ja, Bromklink, da ist nicht mehr drinne. Da steht jetzt hier mit Bromklinker. Ja, da steht aber, da sind wir drinne. Ja, was will ich denn da? Ja, was will ich denn da? Ja, was will ich denn da?